Mein Name ist Stefan Polzin. Ich bin seit über zehn Jahren Maschinenist auf der RM 900. Mein Aufgabenbereich ist Wartung und Bedienung der ganzen Maschine. Mein besonderes Steckenpferd ist die ganze Elektronik auf der Maschine. Beim Projekt Stuttgart 4080 bin ich besonders stolz dabei sein zu dürfen. Denn nicht nur die Größe und der Umfang der ganzen Baustelle ist interessant, sondern auch das Arbeiten mit unserer selbst umgebauten Maschine, die in den ganzen Tunneln, davon 15, selbst den Staub absaugen kann. Mein Projekt 4080, ich bin dabei.